Willkommen zu einer Folge Horizon Zero Dawn, wie ihr im Hintergrund schon sehen könnt und ja, wenn ihr Lust habt ein paar geile Kills zu sehen und ein bisschen Gameplay, dann bleibt dran, viel Spaß. Ein paar Pfeile machen. Was ist das? Alter! Alter Schwede. Sieht was geil aus. Trampler. Kann ich die nicht überbrücken? Wenn diese Maschine angreift, trampelt sie alles nieder, was ihr in den Weg kommt. Ja! Attacke! Hier muss ich angreifen. Dann putze ich da jetzt meinen Pfeil in den Ass. Verschwinde. Hier so in vorne in die Hörner. Boom! Und jetzt wird er auf eine andere Seite kommen. Boom! Oh oh! 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 Boah was geht da hinten ab? Überall Feuer! Boah! 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 Goah! Boah! Loow! Der hat den sowas von fertig gemacht. Ach du Scheiße. Alter, jetzt geht das los hier. Ey, wo lernst du hin? Boah. Alter. Ah, hoppala. Das wollte ich jetzt nicht. Was hast du für Schwächen? Was hast du für Schwächen? Lady Gaia Jaaaah, Heizens. Was macht der denn da jetzt? Feuer ist die Schwäche Was sind denn die anderen? Wow Ok das ist jetzt nicht gut Ok 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 Hey die bauen da alles ab Jetzt schnell nachsetzen Ok was kommt denn da hinten an alter alter schwede was ist das denn da ihr misst geboten habt mir meine ganze beute hier geklaut was fliegt da hinten rum wo das wetter ist so geil ich bin unterwegs ist das nur der eine ist das nur der alleine ich dass dann noch einer auftaucht ich habe das gefühl wenn ich den jetzt angreife wenn ich den jetzt angreife kommt bestimmt noch einer naja scheiß drauf irgendwo hat er ja die schwäche ja klar ja klar okay du bist frei okay ist gleich kaputt vielleicht haben wir ihn wir haben ihn zerstört okay war ja schon nicht schlecht jetzt habe ich hier noch ein paar wächter rumlaufen sehen wo sind die hin da drei stück wächter ich muss den kampf gewinnen hey du missgeburt komm her da ist noch einer ja sind vier es waren vier tatsächlich so es waren vier hier hier diese kleinen mist viecher hier kleinen mist viecher so die haben wir fertig gemacht okay weiter geht's ich muss ja noch ein ganzes stück ich bin ja noch ein ganzes stück unterwegs du gehörst du gehörst jetzt mir hier ja oh ja sehr schön ja du greifst mich an Wo bist du? Du hast mich angegriffen? Okay, ruhig, wir haben gewonnen. Da war auch noch irgendwo einer von meinem Volk hier, von den Nora-Kriegern. Dankeschön! Okay, das soll da genug Action gewesen sein. Ich verabschiede mich, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Dann würde ich mich sehr freuen. Bis dahin, ciao!